Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Wir machen heute den Sonntagsspaziergang. Jetzt ist tatsächlich Sonntag, der 8. September. Und ich dachte, es wird mal wieder Zeit, meine Fläche zu zeigen, die Dinge zu zeigen, die sich hier so in den letzten Wochen verändert haben. Ich habe ja noch sehr spezielle Videos in letzter Zeit gemacht. Also gehen wir heute einfach mal über die Fläche rüber. Und ja, schauen wir mal so ein bisschen, wie es hier aussieht. Ich könnte den Gang auch The Walk of Shame, klingt in Englisch schon so gut, also der Gang des Schämens oder der Spaziergang, bei dem man sich schämen sollte, nennen. Ihr seht gleich, warum. Es ist unglaublich. Wir haben die letzten Wochen hier sehr, sehr heiße Temperaturen gehabt, sehr schwüles Wetter. Morgens wahnsinnig viel Tau, also schon anstrengendes Wetter, aber im Grunde genommen Treibhauseffekt. Und deswegen schauen wir mal auf das neueste Projekt bei uns. Kommt mit! Sehr gut noch was. Bis zum nächsten Mal. 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 Probleme mit der Agrostisch-Lodonifera, das sieht man hier sehr schön, die breitet sich hier auf der ganzen Fläche nach wie vor epidemieartig aus, also es gibt immer neue Spots. Wenn man die dann bekämpft, also wenn man die jetzt durchfräst, das hatten wir mit dem InfiniCut gemacht, dann reißt man hier diese Verflechtungen, die reißt man hoch, dann gibt es hier so braune Stellen, habe ich tatsächlich wieder nicht oft genug gemacht, zu spät damit angefangen. Ich habe gesehen, dass sie eben ganz stark die oberirdischen Ausläufer gebildet hat, war schon abzusehen und dann habe ich nicht rechtzeitig reagiert. Ich hätte viel eher vertikutieren müssen, stärker gegen dieses dieses rauswachsen, dieses in die Breite wachsen vorgehen müssen. Ja, ich erzähle das immer so gerne, wenn ihr das besser macht als ich übrigens. Pro Anuar haben wir hier sehr, sehr, sehr wenig. Es gibt ein paar Spots jetzt wieder, die jetzt hochgekommen sind. Hier haben wir auch Probleme mit den Dollar-Spots. Sieht man jetzt auch hier schön, gerade hier so einen Streifen entlang. Auf dem Grün, das hält sich noch relativ gut. Hier ist noch ein bisschen Dreck drauf, vor dem Abwedeln heute Morgen. Aber hier sieht man, das ist so ganz typisch, so einzelne Spots, so pop, 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 ganz typisches Bild für Dollar-Spots. Auf dem Golfplatzgrün 5 mm und da muss ich jetzt sehr aufpassen, dass das hier jetzt nicht auch noch kollabiert, denn das sah bis jetzt wirklich fantastisch aus. Das war noch nie so gut. Also auf 5 mm geschnitten, dann kann ich noch eine Geschichte erzählen gleich, und zwar der Toro E-Flex, der war ja so laut. Ja, es war tatsächlich ein Lagerschaden. Das rechte Lager von der Spindellagerung, das ist so ein doppelseitig abgedichtetes Rillenkugellager, ein richtig fettes Lager. Das hat so richtig einen richtigen Lagerschaden. Das knackt so richtig, knack, knack, knack. Und dann habe ich noch vier andere kleinere Lager ausgetauscht vom Antrieb links. Und jetzt läuft dieser dieser Toro E-Flex, der summt. Also ich glaube, so leise war der noch nie. Ich zeige es euch irgendwann mal heute Sonntag und mähe ich nicht. Also so ein Unterschied. Ich bin so begeistert. Es macht so einen Spaß wieder mit der Maschine zu mähen. Aber da musste mir erst Carsten, der Greenkeeper, sagen, Andreas, da ist ein Lagerschaden. Was, Carsten? Ein Lagerschaden? Ja, das ist bestimmt ein Lagerschaden. Naja, anderthalb Tage. Anderthalb Tage habe ich geschraubt, die ganze Spindeleinheit zerlegt, die ganzen Lager getauscht. Er hatte recht. Danke, Carsten. Cooler Tipp. Ja, auch hier in der Agrostis, Agrostis ist anfällig, hier auch ganz schlimm. Dollar-Spot-Infektion. Also, boah, was kann man tun? Ich habe es ja schon gesagt, was man tun kann. Man kann versuchen, mit Eisen-2-Sulfat den Pilz ein bisschen abzutöten. Man kann mit Silizium versuchen, das Gras zu stärken. Auch eine kaliumbetonte Düngung hilft sicher. Aber was auch hilft und was wahrscheinlich hier hauptsächlich fehlt, ist der Stickstoff. Wir sind natürlich hier bei einem ganz brutalen Magerkonzept. Ich hatte ja gesagt, ich bin jetzt bei 12,6 Gramm Stickstoff pro Jahr. Und das Einzige, was man machen kann, um eben gerade auch diese Schäden schnell zu beseitigen, um das Gras zu stärken, doch mehr Stickstoff zu düngen. Und ich weigere mich ja, weil man damit natürlich auch die Poren düngt und die unerwünschten Gräser natürlich fördert. Aber es hilft nichts. Ich werde auf der ganz kaputten Westfläche, da werde ich tatsächlich jetzt mal einen Test machen. Lange mit meiner Frau diskutiert. Und zwar werden wir eine Seite jetzt mal mit einem ganz schnell wirkenden Stickstoffdünger mit hochdosiert 4 Gramm, 6 Gramm, weiß ich noch nicht. 4 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter werden wir jetzt düngen, der also sofort wirkt, also Nitrat und Ammonium. Also ein sofort wirkender Stickstoffdünger, der powert dann so richtig durch. Und dann machen wir eine Fläche, das Wald, eine Fläche düngen wir jetzt mal nach. Und dann schauen wir mal den AB-Vergleich, der werde ich irgendwann nachliefern in einem Video. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob das vielleicht dann doch mal sein muss, um so einen Pilzkrankheitsdruck zu bekämpfen. Ja, hier in der Ostfläche, die ja hier auf der rechten Seite immer noch nicht wirklich gut aussieht, auf der linken Seite fantastisch aussieht. Das liegt ja am Boden. Aber hier haben wir ganz wenig Probleme auch. Auch diese Fläche ist ja schon jetzt ein Jahr älter, nicht neu eingesät. Also die sieht auch super aus. Kaum irgendwelche Pilzinfektionen, das ist schon erstaunlich. Also es ist verrückt. Was wir hier links haben, und das wird man auch sehen auf dem Video, hier breitet sich überall so als runde Spots. Hier überall, hier bab, bab, da bab, bab, breitet sich überall hier die Agrostes aus. Hier bab, Agrostes, bab, Agrostes. Es entstehen immer mehr Agrostes-Stull- und Liefererspots. Und wir diskutieren seit Wochen, also meine Frau und ich diskutieren seit Wochen, was machen wir, was machen wir. Diese Tschechigkeit ist natürlich furchtbar. Ich finde die Festuka von der Idee her, auch vom Gras her schon sehr schön. Sehr schön. Also das ist schon ein sehr interessantes Gras. Aber die Agrostes fällt da sehr, sehr deutlich drin auf, weil sie so bolleulich ist, weil sie eben auch breitblättriger ist. Jetzt könnte man natürlich, wie heißt das so schön, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die Not zur Tugend machen und die Agrostes auf der Fläche nachsehen. Damit man jetzt eine gleichmäßige Agrostes-Festuka-Fläche bekommt. Oder man muss wirklich dann irgendwann mal konsequent sein und sagen, wir machen nochmal alles neu. Das haben wir auch diskutiert. Das ist auch nichts entschieden. Aber das sieht natürlich nicht toll aus. Eine Alternative wäre, aber das ist vielleicht schon zu spät, aber ich habe schon angefangen, einen Pflanzgarten, einen Sodengarten anzulegen, um dann hier auf der schönen Fläche solche Flecken auszutauschen. Also hier hinten haben wir, habe ich jetzt mal hier diesen Bereich hier runtergemäht. Und hier wollen wir jetzt, was natürlich diesen ganzen Weg jetzt nicht so schön macht, aber hier wollen wir jetzt quasi einen sogenannten Sodengarten anlegen. Also aus dieser Fläche heraus Stücke ausstechen, die wir dann auf die schönen Flächen versetzen. Also da stechen wir zum Beispiel die Agrostes-Lunifera-Spots raus und hier setzen wir dann die Festuka, das ist auch alles hier rein in Festuka, bis auf so ein paar Agrostes-Spots und setzen halt hier saubere Festuka-Spots da wieder rein. Das kann man rund machen, das kann man viereckig machen. Ideal ist sechseckig, da gibt es auch so Werkzeuge für so Sodenstecher, sechseckige Sodenstecher, mit denen man sehr schön solche Flächen reparieren kann. Wir haben auf der anderen Seite tatsächlich ein purer Trivialis, ein purer Trivialis-Flecken, den wir unbedingt ausstechen, also entfernen müssen. Und dazu ist halt eben dann hier so eine Fläche, so eine Spezialfläche, die man als Reparatur-Soden dann verwenden kann, natürlich sehr interessant. Und da haben wir uns jetzt entschieden, hier dieses Stück tatsächlich eben umzufunktionieren und dann wird es natürlich hier echt übel aussehen, wenn die ganzen Löcher hier ausgestochen sind. Dann muss man da neuen Mutterboden in die Löcher reinlegen und wieder nachsehen. Und das wird dann hier so ein Patchwork-Teppich. Aber was bleibt jetzt? Ich will das auf verschiedene Höhen hier mähen. Einmal Grüns, Schnitthöhe, dann Ferbyschnitthöhe und ich nenne das jetzt mal Semirap, also dieses hochgeschnittene Gras-Schnitthöhe. Und daraus kann man dann arbeiten. Ja, das ist so die Idee, die wir jetzt hier gerade entwickelt haben. Und das soll es auch gewesen sein, denke ich, für den kleinen Rundgang mit dem kleinen... Das soll es auch gewesen sein mit dem kleinen Rundgang. Das komme ich hier durcheinander. Also das war ich jetzt mit dem kleinen Rundgang. Hier der Amberbaum. Der verliert im Winter tatsächlich hier sein Stützkorsett. Der darf jetzt nach zwei Jahren hier endlich dann frei stehen. Ab nächstem Jahr. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn der hier erstmal so frei steht. Also die Dinger kommen jetzt hier dann weg im Winter. Und die anderen Bäume, die ein bisschen noch zwei Jahre so stehen. Also das wird bestimmt cool. Ja, also der Sonntagsspaziergang vom Rasenfreak ist beendet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Also gebt mir gerne einen Daumen, abonniert mich gerne. Das hilft mir natürlich, wie ihr wisst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.